es kann habe ich auch neu hinzugefügt ja sagt mir jetzt so nix ich auch nicht deswegen zu wissen ich suchte immer nur nach den bildern aus warum wundert mich das bei dir nicht war doch die kenne ich hier gibt es ein pub ist doch was für den lkw fahrer hier von uns ja instant wo ist man kann ich aufs schiff das ist jetzt sehr ungünstig da hast du super ausgesucht aber ich komme wieder hoch gleich wieder da ja man kann nicht aufs schiff auf die hat ja freie waffen war christian christian die guck mal guck mal es gibt ein bisschen was heimeliges finde ich was ist du bist 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 du ich hab so viel банanen auf der map ich hab dave gefunden ich hab afk dave gefunden piep look at this i have some more banana so fuck you look at this I have the banana they're not a nice of me ganz besondere liebe zwischen gestorben ich habe noch 50 hp warum wirst du mir hinterher ich glaube ich ziehe nicht auf dich ich ziele wie immer wenn ich ziele oder eine waffe halten man kann nicht auf den baum hier drauf das war ein kleiner headshot i'm so sorry okay ich gehe gerade rampage mode g kommt mir nicht zu nahe ich schwörs da oben bist du oh nee das ist nicht gut ich komme doch rauf gar nicht wo bist du denn jetzt auf auf ich schieße den ab ja tut mir leid dass ich durch die boxe durchgegangen bin die dachkante im übrigen was du hast gerade voll gas gegen die dachkante geschossen oh das ist toll nein das ist nicht wo bist du denn jetzt das ist ja komischerweise zu grad an mir vorbeigefahren also ich kann mir denken wo du bist aber ich möchte da gerade nicht hin ich hoffe dass man die boxen überall rein wagt wir können über euch reden nein nein wuuu scheiße da war ich zu langsam okay sorry the rampage mode am Anfang war real das war das war kein nicht gut ach das muss ich echt noch üben dein aiming ist nicht das beste g nein mein leid ich hab der arme auf den kopf geklickt und du warst tot ja das habe ich gemerkt ich mag die g6 oder sc so gerne die ist so nice ich will nicht die winchester geh weg auch ähm konnte es jetzt rein theoretisch schlecht sein wenn die am bau spawnen wenn wir auf dem boot spawnen man kann auf jeden fall aufs boot das habe ich gerade noch gesehen als geist ich habe ich habe das grab von billberg gefunden okay es sollte jetzt nicht über die dings gehen weil oha nicht schlecht grüße kiesigs und reste i want it i want it that way hat sie eher gedacht hier spielt dieses logo das sieht immer so ein bisschen aus wie eins übrigens äh chi ja das war nicht nett dass du mein logo vorhin zerschossen hast vor allem ich weiß gar nicht wirklich aus bewusst ich war vor allem ich weiß ganz genau du wolltest es erst übersprühen es hat nicht geklappt und dann warst du frustriert und hast du einfach drauf geschossen das hat man sofort gesehen ich mach dich nicht ich hab keine ich habe keine ich muss aufs krank was denn was denn was denn du guckst ey du guckst warum ja nicht ja du guckst guckst du guckst das ist doch ganz viele banan zu kurz davor dass sie da kann man nicht mal auch nicht drüber das will sich ausprobieren hat der ernsthaft wer alle nanas kaputt geschossen was faszinierend jenny warum fragst du mir ich trau mich nicht kann es einfach drücken an der leiter ich muss bb je an der leiter und außerdem ist da unten wasser also ja ich wäre sonst auch gestorben jetzt das hat mit dem e sehr gut funktioniert ich muss ja nicht mehr drauf loslaufen und anderen leuten das ist was gut mal mit mir aber sich so ein handicap habe weil mir heute schon so viel leid widerfahren ist aber gut man kann natürlich auch noch weiter darauf hauen das geht auch flerp flerp is a fairy jetzt habe ich verstanden es ist schwierig mit meinem namen ja okay gut das ist das hier legitim warum passiert nichts ich habe angst ich gehe die ganze zeit aus was in den buchsen rein flirp hey das ist ww hast du flirp gefunden ja du bist das ist der ww charakter ich bin im haus ich guck mir das haus gerade anders ich glaube irgendwie nicht so ganz daran dass er totes ja also ich sag mal wenn dave noch da ist und ihn jemand sieht ist zum abschluss freigegeben das haus ist voll schön übrigens welches haus wo drin ist da ist eine haus ist die pizza super knusper wo bist du denn da müssen wir das spielchen mit der 42 so lange spielen das kommt eventuell lustiger ja was denn du kannst du bist du jetzt gestorben nein okay ich bin ganz grauen das solltest du nicht tun ich könnte mir vorstellen wo dave ist in dem zwischengang zwischen den beiden häusern aber warum gerade das wäre doch sehr offensichtlich dass man ihn findet soll nicht eigentlich nicht warum ist der blut und hier auch durchlaufen und man kann musik hier anmachen im pub c na warte mal du bist nicht im pub die musik ist aus dem pub und flirp ist unberührt warum soll ich ihn doch anfassen wie super wärs bin ich nicht es ist flirp flirp oh und das sieht ein bisschen aus wie bei den simpsons finde ich ich bin hier hinter dir gut auch da das bild das ist ein bisschen aus wie bei den simpsons finde ich stimmt die herren zu ja okay ich auch ja ich sehe ihn auch von wo kommt der ich sehe ihn noch nicht hatte siehst du hast du den zugrück schossen nein ich wollte gerade hoch gehen weil ja tschi wo bist du verdammt tschi ist fast gestorben oder tschi hast du eigentlich gerade hoch gehen nein ich wollte eigentlich gerade hoch gehen weil von da oben kam er irgendwo aber da oben ist niemand da ist da wahrscheinlich ein traitor raum da oben tschi ich traue da überhaupt nicht dazu wir es gerade definitiv von da oben kommen und du warst da oben und so schnell rennst du da oben drauf nein ich ja ich stand nein du schießt mich doch nicht nein ich weiß ich stand ja und dann kam er da runter und dann bin ich dahinter gegangen und dann bin ich runtergefallen und fast gestorben tschi du hast gerade erzählt was mir in fünf minuten tut und du hast das gerade in 30 sekunden gemacht habe ich nicht ich traue da überhaupt nicht ich weiß nicht ich bleibe bei dir so bei der amirscher und dann wissen alle anderen dass es du bist und dann schiebe weg ist irgendwer in der box drin tschi zieht's auf mich nein ich gehe weg die mögen mich alle nicht mehr jenny 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 also ihr habt mich jetzt nicht schießen sehen jenny jenny liegt im wasser jenny liegt im wasser jenny liegt im wasser ich glaube sie ist ins wasser gefallen ok ok ich glaube da habe ich jetzt echt nichts mit zu tun nein das kann ich die tschi hat von snipe auf die tschi hat von snipe auf shotgun gewechselt das macht es normalerweise bei uns close range irgendwann guck mal guck mal christian guck mal hier da unten liegt sie also ich glaube dass es sie ist ich beobachte tschi da jetzt habe ich wieder die rifle oh jetzt ist die pistol jetzt habe ich die rifle dann so besser so sie hat auf jeden Fall sie hat noch eine minute Zeit hat sie noch also ich habe ein bisschen mehr confidence schief und du sie so leck nicht bleib da jetzt ähm hallo ich habe da von einem Augebuckert äh zwecks leck mich ja zwecks leck mich genau was was ähm klärt das bitte nach dem stream ja alleine unter euch also ich glaube ich glaube immer noch dass es der dave ist ehrlich gesagt ich habe auch noch keine leiche gefunden ich habe auch noch keine leiche gefunden bitte bitte rede christian du musst du musst reden du musst mit mir reden weil solange ja 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 ich rede mit dir wenn wir beide nämlich noch reden heißt das dass wir noch leben und das bedeutet dass der traitor nicht gewinnen kann ja ja na ich hm also ich glaube immer nur dass es weil der der scheiß zug ist von oben nein das ist dave das ist dave glaub mir nein ja aber dann muss dave irgendwo da oben sein ja der der hat auch keine eier mehr in der buchse ja das ist dann nur nirgendwo ach scheiße ach du warst es zieh ja wow ich habe wieder etwas nicht mehr gefunden aber wo war dave keine ahnung ich war ganz hinten im hafen und bin ins wasser gefallen wegen der weg ganz ganz hinten am hafen im wasser also du bist aus eigenverschulden gestorben ja ja wow das erklärt mich konnte nicht mehr schreien da war ich schon tot ich hab gedacht man kann sich irgendwie in den rohren da unten drin verstecken hatte besucht und dann bin ich ins wasser und hat sich das also auch geklärt wo du hast du hast null personen geschafft zu töten ski kongratulation ja und ich habe die komplette runde noch überlebt was was du doch bei dem zug aber hast du kein rad da gehabt die fühlt zehn minuten zeit gehabt das muss der bar rausgängern doch aufschauen sorgen hey der zug und beim eck vorsicht fässer vorsicht kranky kann man auf das holz nein ich weiß nicht was du meinst aber man kann ich hab sogar vorhin schon mal einen moment gehabt wo ich auf eine leiter hochgeklittert bin das ging aber auf den container wo die leiter endet da bin ich durchgefallen andere gegenstände also geht man ganz oben hinten okay ich bleib hier wo wirst du da oben ist na papp botsas fish shop und wenn es ist kalt hier na 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 ne setzt mich wenn es jetzt die kleine banane gemacht ich kann ihnen nicht drogen was zu trinken müssen wir den schmerz lindern christian ist gerade jemand erschossen worden meine bananen die parkour läuferin und jetzt gilt mich mal du fika trader lang aber so als wenn sie wieder ins wasser gefallen ist ja es wäre sie selber schuld bei dave und ich suche nach jenny wenn ich tobe dann was dave der mich hat schieft ich würde so gern eingeschopfen obwohl ich weiß nicht, obwohl ich innocent bin war das denn? ich habe gähnt ich darf die trotzdem eingeschopfen ähm weißt du was, wenn man nur wenig zeit übrig ist, nachher hast du die gähnt pfff, johne wo? no smoking smoke on the water du darfst dich hier nicht im anzug zeigen oh ich zieh mich mal eben um, ja? ok haustin, haustin haustin ich weiß nicht im stream, hallo? haustin haustin außerdem wollt ihr das alle gar nicht sehen, glaubt mir oh, christian schon nobe this is nobe's weapon truck, it's nobe ja, da ist kein geländer mehr hallo, ja, ok da ist der zug, dave, 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 dave hat den zug geschossen das muss nicht sein alter, was? der zug ist im aus what the fuck ah, da ist ein zug ja, ah, wow nein what the fuck ich habe mein eigener den zug zersprengt klima geht alles schief, ey kacke ich lege hier übrigens unter dem steg oh, sehr gut wie bist du unter dem steg kämmen? ich bin durch die treppe gefallen ich wollte endlich aufs geländer ich wusste nicht, dass das geländer auch durchlässig ist ich bin runtergefallen und bin unter dem steg das ist wasserdurchlässig boah, ich bin so müde wir haben es doch erst kurz vor 9 ich bin immer müde mhm ah mhm 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 Vielen Dank.